Gute Wie zu HellDragonLP, ja und ich begrüße euch dann zu einem Dwight Gale Second Inform Player Review. Ja, ihr hattet natürlich recht, nachdem ich gestern Sturridge gezogen habe und wer sollte dann am besten natürlich neben Sturridge passend aus dem aktuellen Team der Woche als Dwight Gale. Ich habe ihn hier in der 4-1-2-1-2-2-2-Variante gespielt und von vornherein, diesmal habe ich Anweisungen genutzt, komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Schauen wir auf seine Upgrades und er ist ja ein Silberspieler und dementsprechend sind natürlich die Upgrades überragend, plus 13, plus 18, zum Beispiel seine Freistoßgenauigkeit, plus 18 Weltklasse. Ja, dann kommen wir auch schon zu seinen Ingame-Szenen und wie ihr ja schon seht, geht das Video ein Stückchen, denn es gibt einiges zu besprechen bei ihm. Zuallererst möchte ich anfangen mit seinem Dribbling. Dwight Gale ist ja nur 1,77 Meter groß, hat jetzt eine Beweglichkeit von 97, eine Reaktion von 83 und eine Balance von 92, die möchte ich da ja immer mit einfließen lassen und das ist natürlich überragend. Also der Junge kann sich bewegen, sein Dribbling allgemein ist nur bei 79, aber das wäre jetzt Mech gerne auf hohem Niveau. Er kann sich auf jeden Fall vorne sehr schön durchspielen, dazu hat er ja auch noch drei kleine Skill-Moves, also das passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge, sage ich mal. Punkt 2, über den ich dann sprechen möchte, ist sein Kopfballspiel. Das hatte ich überhaupt nicht bei ihm auf dem Schirm und das liegt ganz einfach da dran und das finde ich halt bei FIFA manchmal auch sehr traurig. Er ist, ja, man will ihn haben im Grunde genommen oder sage ich mal 80 Prozent der Leute, ich will jetzt nicht jeden beleidigen, wollen ihn spielen, weil er 87 Pace hat, da kann man schön rumpacen und die Leute ein bisschen verrückt machen, aber er hat tatsächlich ganz andere Werte und außer natürlich sein Tempo, was er hat. Er hat eine Kopfballgenauigkeit von 85 und da muss ich sagen, ja, habe ich auch übersehen, aber der Junge kann Kopfbälle spielen. Also ist das eine sehr feine Sache. Im Hintergrund seht ihr schon Punkt 3, Freistöße. Ja, ich bin wahrlich kein Freistoß-Experte in FIFA 17, aber mit Dwight Gale ist es quasi, ja, es ist wie Cheaten im Grunde genommen. Ich hatte zweimal die Möglichkeit und beide Freistöße sind in Tore geendet und man musste wirklich nicht viel dafür tun, außer ein bisschen nach rechts gehen, ein bisschen in Effet, ja, mit einzuberechnen und dann eigentlich nur noch ganz sanft zu drücken und dann ist der Ball eigentlich immer von alleine in die Ecken reingegangen. Perfekt. Liegt an seiner Freistoßgenauigkeit von 93. Also ihr kauft hier definitiv einen Spieler, der nicht nur pacen kann, sondern er hat auch noch seinen Kopfball, den er einsetzen kann und auch noch, ja, Freistöße schießen kann und man sollte ihm definitiv die Freistöße schießen lassen. Wir sind jetzt bei Minute 3 des Videos und es kommen schon Tore. Ja, ihr ahnt natürlich, was dann passiert. Der Junge hat einige Treffer für mich gemacht. Bevor wir aber dazu kommen, kommen wir kurz zu seinem Tempo. Wie gesagt, viele, denke ich, wollen ihn haben wegen dem Tempo, aber hier muss ich ein bisschen euch zügeln. Er hat jetzt neben Sturridge, wie gesagt, gespielt. Er hat eine Beschleunigung von 89 und eine Endgeschwindigkeit von 85. Das ist auch das kleinste Upgrade, was er bekommen hat, 3 und plus 2. Und ich fand ihn jetzt gar nicht so schnell. Also er ist um Gottes Willen, er ist nicht langsam, wenn man ihn vorne hat und man kann ihn durchspielen, ist er weg, da ist er nicht mehr aufzuhalten. Aber nach 87 Pace hat sich das für mich nicht angefühlt, aber langt vollkommen, keine Angst. Also das war alles tipptopp, deswegen kriegt er hier auch ein Plus. Jetzt kommen wir, erstmal, weil das vergesse ich in den meisten Videos, zu seinem Contra. Hier hat er im Grunde genommen nur passen. Er hat, und das ist auch eher Meckern auf hohem Niveau, er hat eine Kurzpassgenauigkeit von 74 und einen Langpass von 64. Hier muss ich aber ganz einfach sagen, die Pässe sind dann doch manchmal sehr schlampig gespielt gewesen von ihm. Und ja, das hat mir einfach nicht gefallen. Vielleicht lag es noch ein bisschen an seiner Übersicht. Da hat er nur eine 42. Ja, also wenn man was zu angreiten hat, dann ist es bei ihm das Passen. Ja, deswegen auch hier das Minus. Und wofür er aber nichts kann, ist halt die Liga. Es ist halt die zweite englische Liga, nicht die erste. Also man muss dann halt schauen, wie man ihn verlinkt. Aber ja, er ist halt Engländer im Grunde genommen, lässt sich da relativ leicht verlinken. Gibt ja genug dann Sterling oder Kane oder was weiß ich, was da alles noch draußen rumfliegt. Sollte funktionieren. Dann kommen wir aber zu dem, warum ihr euch Dwight Gale holen solltet. Zuallererst, Sturridge hat bei mir, glaube ich, in den sechs Spielen, die ich gemacht habe, ich glaube, zwei Tore gemacht. Also er hat ihn total in den Schatten gestellt. Und beim Dwight Gale, ich benutze es so häufig, diesen Satz, aber ja, es passt halt meistens. Und hier ist es genau dasselbe Spiel. Wenn ihr im Strafraum seid, merkt man seine 88 Abschluss. Er hat nahezu alles, was im Strafraum war, reingemacht. Wenn man nur ein bisschen was mit Abschluss drauf hat, dann macht man mit ihm Tore ohne Ende. Was er dafür aber nicht so gut kann oder was ich zumindest nicht so gut testen konnte. Und wenn ich es getestet habe, nicht gut war. Waren seine Longshots, da der 82 und eine Schusskraft von 83. Das hat mir nicht so gefallen. Also von außerhalb war das jetzt nicht so pralle. Sechs Spiele sage und schreibe elf Tore. Das Ganze für läppische 30.000. Und ich habe wieder ein kräftiges Minus gemacht, weil ich habe ihn jetzt für 22.000 verkauft. Er bekommt von mir einen 9 von 10. Und das auch nur haarscharf an der 10 von 10 vorbei, denn ich werde ihn jetzt schon vermissen. Ich habe ihn verkauft. Allein dieses Spiel, wo er die fünf Tore gemacht hat, da konnte ich ja gar nicht anders. Die Dinger sind einfach reingegangen. Und solche Spieler liebe ich ganz einfach, wo man im Grunde genommen nichts für kann. Und sie versenken ein Ball nach dem anderen. Dwight Gale ist ein Spieler, den muss man gespielt haben. Und deswegen bitte, egal wie, ich meine, die meisten spielen eh mit BPL-Teams. Probiert ihn nur für mich bitte einmal aus. Er kostet mittlerweile auf der Playstation nur noch 22.000. Also ein absoluter Witz. Ja, da sind wir am Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre natürlich, ich habe noch nie gesagt, lasst mal ein Abo da. Aber tut das bitte natürlich. Schreibt mir bitte was in die Kommentare. Und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen, macht's gut und ciao.